Die Top 5 Medikamentenboxen für eine perfekte Organisation, Los 5 Merores Estuches de Medicamentos para una Organización Perfecta. Ich bin beeindruckt von der Auwon Tablettenbox. Die kleine Box passt perfekt in meine Handtasche und ist feuchtigkeitsbeständig, was für mich sehr wichtig ist. Ich kann in den zwei Fächern für jede Tageszeit meine Medikamente aufbewahren und muss nicht ständig meinen ganzen Medikationssatz mit mir herumtragen. Die Box ist sehr handlich und trotzdem stabil, was mir ein gutes Gefühl gibt. Die Box ist ein Muss für jeden, der regelmäßig Medikamente nehmen muss und viel unterwegs ist. Kann es nur weiterempfehlen. Ich habe mir die Dory Me Tablettenbox gekauft und bin sehr zufrieden damit. Die Box hat sieben Fächer, jeweils für morgens, mittags und abends, sodass ich meine Medikamente immer griffbereit habe. Die Fächer sind groß genug, um meine Tabletten aufzunehmen, aber trotzdem ist die Box klein genug, um sie überall hin mitzunehmen. Das offene Design macht es einfach, auch für Kinder und ältere Menschen mit Arthritis, ihre Medikamente zu nehmen. Die schwarze Farbe sieht auch toll aus. Ich würde diese Box auf jeden Fall empfehlen. Ich habe die Auwon-wöchentliche Pillendose gekauft und bin total zufrieden damit. Die drei großen separaten Fächer bieten genug Platz für meine täglichen Medikamente, Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel. Das schwarze Design sieht elegant aus und die Box lässt sich leicht öffnen und schließen. Die Größe ist perfekt für unterwegs und die einzelnen Tage sind deutlich beschriftet. Ich kann diese Pillendose jedem empfehlen, der eine einfache und zuverlässige Möglichkeit sucht, seine Medikamente zu organisieren und sicher aufzubewahren. Ich habe die Osmar Wärm 17384 Pillendose verwendet und bin sehr zufrieden damit. Das Design des Towers ist sehr praktisch und leicht zu handhaben. Die Pillen können für sieben Tage vorab sortiert werden und die einzelnen Fächer sind groß genug für mehrere Tabletten. Die Box kann auch zum Transport von Tabletten verwendet werden. Das Material ist robust und leicht zu reinigen. Insgesamt eine großartige Investition für diejenigen, die mehrere Medikamente einnehmen müssen. Ich habe meine Tabletten seit Jahren in verschiedenen Behältern aufbewahrt und immer wieder Probleme gehabt, das Richtige zum richtigen Zeitpunkt zu finden. Doch jetzt habe ich die Tablettenbox sieben Tage entdeckt und es ist einfach perfekt. Sie hat sieben Fächer, für jeden Wochentag eines, und jedes ist farblich unterschiedlich markiert. So kann ich meine Arzneimittel schnell und einfach finden und einnehmen, ohne dabei Zeit zu verlieren. Außerdem ist die Box leicht zu öffnen und passt in jede Tasche. Absolut empfehlenswert für jeden, der regelmäßig Medikamente einnehmen muss. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.